Vama-Hasta-Bhujasana ist die Rüsselstellung auf einem Arm, insbesondere auf dem linken Arm. Vama heißt links, Hasta heißt sowohl Hand wie auch Arm. Ausgangsposition der Langsitz und dann gibst du die linke Kniekehle auf die linke Schulter, du gibst dann die Hände auf den Boden und du hebst das rechte gestreckte Bein aus. Und so bildest du einen Rüssel mit dem vorderen, mit dem unteren Bein und mit dem linken Bein unterstützt du dich auf der linken Schulter. Vama-Hasta-Bhujasana ist eine Stellung, die sehr anstrengend ist für Oberschenkel, Bauchmuskeln und Arme und auch eine gute Koordinationsübung.